Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 20. Dezember. Gut, und wir beginnen zunächst mit dem 4-Grid-Index auf der Seite von CNN Business. Da sind wir mittlerweile im Quantil Extreme Grid angekommen, notieren derzeit bei 80 Punkten. Damit haben wir noch etwas Luft nach oben, wir könnten noch möglicherweise über den Bereich von 90 Punkte ansteigen, aber trotzdem zeigt der Bereich Extreme Grid eine sehr überkaufte Situation für den S&P 500 an, auf den sich der 4-Grid-Index bezieht. Das bedeutet, der S&P 500 dürfte wahrscheinlich vor einem nahen Verlaufshoch stehen und dann bald eine Korrektur einleiten. Wir machen dann weiter mit dem Tagesschart im S&P 500. Da befinden wir uns mittlerweile im vorbürstlichen Handel im Bereich von 4780 Punkten. Wir notieren deutlich über den 10er EMA der Hellblown-Limie, die derzeit bei 4704 Punkten verläuft. Der übergrund in der Aufwärtstrend ist hier klar intakt. Und solange wir den 10er EMA nicht mehr nachhaltig nach unten durchbrechen, ist dann eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann hier die runde Marke von 4800 Punkten. Gut, wir machen dann weiter mit dem Tagesschart im Lags, wo wir uns ebenfalls über den 10er EMA bewegen. Der 10er EMA notiert hier derzeit bei 16.690 Punkten. Solange wir darüber notieren, ist auch hier dann mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Zu beachten ist, dass der 10er EMA in den Vortagen hier in der laufenden Korrektur erkannt wurde und der Tags hier wieder nach oben abgeprallt ist. Es bieten sich also weiterhin im Bereich um den 10er EMA Long-Positionen an, die dann etwas unter dem 10er EMA abgesichert werden könnten, möglicherweise hier im Bereich von 16.600 Punkten. Die nächste Anlaufmarke auf der Oberseite wäre dann der Widerstandsbereich um 17.000 Punkte mit dem Verlaufshoch bei 17.003 Punkten, welches dann dem Aufwärtstrend folgend in der nächsten Aufwärtsbewegung dann überschritten werden sollte. Gut und abschließend kommen wir dann zu den Markierungslinien für den heutigen Mittwoch. Da befindet sich dann der Long-Bereich zwischen 16.600 und 16.650 Punkten. Spekulative Investoren könnten bereits hier leicht über dem 10er EMA Long-Positionen erwägen. Der Short-Bereich befindet sich heute zwischen 16.860 und 16.910 Punkten. Gut und damit wären wir dann auch wieder durch für heute mit dem ING Markets Morning Call. Ich melde mich dann wieder am morgigen Donnerstag mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute noch viel Erfolg im Trading. und wünsche Ihnen für heute noch viel Erfolg im Trading.